Oh shit, A Way Out wurde von einem Community-VIP und anderen Rang über 50er gemacht. Diese Map wird wahrscheinlich schwer sein, aber I like a challenge. Let's get it! Ich versuche heute eine Wasnef und eine Tag 56 Video aufzuladen. Ich versuche. Ich versuch's, okay? I promise I'm gonna try to make a Wasnef in Tag 56. Ich versuche, ich werde ein wenig gehen. Ich versuche, ich werde ein wenig gehen. Eine gute Haus. Oh, es ist okay. Das ist... ...pretty... ...chill... ...soy far... 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 wkm kinds... ...soy far... ...soy far... ...soy far... ...soy far... Oh nein! Oh fuck! Oh no! Ah! Und solche Mavs sind schwul! Ich war richtig so stupid gemacht... Wie ist ein Fallout Hill so stark? Was will ich wissen? Oh! Huh? Was soll ich jetzt hier machen? Ich kann das nicht schaffen. Nein, das ist wirklich. Das ist schon weg. For real, for real. Ich bin verpissiert. Stupid Mensch, ich bin. Also, ich glaube, das ist die Taktik, I guess. I don't know. Ah, ich bin so dumm. ja ich wünschte ich will man editieren kann man jungen nein 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 lasst los eine kameras und folge ist es so dumm So, das ist so. Verpiss dich doch! Nee, schau, dieses Match ist dumm. Dieses Match ist dumm.